Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Dragon Age Inquisition. Wir sind jetzt hier mitten in den Smaragdgräbern unterwegs und in der letzten Folge hatten wir doch einen ganz schön anschaulichen Kampf mit einem Riss. Die Dämonen haben uns doch da etwas mehr zu schaffen gemacht, aber es war noch in Grenzen. Es war jetzt nicht so, dass wir da Ultra die Probleme hatten. Oh, wir begrüßen die einfach mal. Hallöchen! Oh, ich kann das nochmal machen. Und Hallöchen! Jau, das macht so guten Schaden. Dazu vergessen. Alter, ich hab irgendeinen Trank getrunken, Jüngchen. Diese Schurken, diese Assassinen oder was das sind, ne? Schatten der Roten Tempel, die sind extrem gefährlich. Richtig, äh, richtig gefährlich sind die. Jetzt muss der Großbeer am besten erstmal weg. Obwohl der uns gute Verteidigung gibt eigentlich. Aber der konzentriert sich gerade auf Cassandra. Also sollte der vielleicht schnellstmöglich von der Leinwand weg, sag ich mal. Ähm, dass wir die Templer da noch machen können. So, jetzt seid ihr dran. Ihr Puck. Gut, dass da kein Assassine dabei ist oder so ein Schatten. Die sind ganz schön stark. Manchmal frage ich mich ja auch... Oh, Sarah, du bist aber knapp dran. Äh, manchmal frage ich mich auch, ob das Balancing hier überhaupt so gewollt ist im Spiel. Manche Gegner sind im Gegensatz zu anderen echt mordsmäßig stark. Ähm, ich weiß es nicht. Kann natürlich sein, dass das so beabsichtigt ist, aber das... Es ist still. Ein wenig zu still, wenn ihr mich fragt. Ja. Da bin ich mir nicht sicher drüber. Etwas zu still könnte der Drache heißen. Dass der hier irgendwo rumtornt. Ich meine mal, der muss ja auch irgendwo kommen. So. Ich muss mal das hier alles mitnehmen. Und dann... Haben wir das hier oben? Nicht wirklich, ne? Wir müssten irgendwie mal da hoch. Und was wir auch müssten ist, äh... Wie kommt man denn da hoch? Äh, bald mal wieder ein Lager, um Tränke aufzufrischen. Das wäre vielleicht auch gar nicht mal so übel. Und da ich gerade nicht weiß, wie man da hochkommt, machen wir das auch erstmal. Und kommen von der anderen Seite mal lang. Vielleicht schaffen wir das da dann. Dann sind wenigstens alle von uns aufgefrischt. Und jeder hat auch wieder ein paar Tränke. Und dann geht es in diese Richtung wieder. Weiter. Och, nö. Nö. Nein. Kannst du vergessen. Ja, geh mal in die Richtung, genau. Dann geh ich doch die andere Richtung lang. Ich hab gerade absolut keine Lust auf den Bären. Weil ich weiß, wie viel der aushält. So, hier hoch müssten wir jetzt eigentlich. Kommen wir aber nicht. Ach ja. Dann werden wir dich einfach in Einzelteile zerbersten lassen. Sollst du einfach innerlich verbrennen. Hey, heute gibt es Bärenhackse. Yay. Yay. Ich weiß gar nicht. Hat jemand von euch schon mal vielleicht Bären gegessen? Vom Fleisch her? Weil ich mein mal gut in Deutschland wahrscheinlich eher nicht. Aber wahrscheinlich, wenn man vielleicht in Amerika oder so war. Wenn das jemand mal hat oder so, mal Bescheid sagen. Weil ich wüsste ganz gerne mal, wie das schmeckt. Aber ich denke mal. Vielleicht sogar ganz gut. Ich mein mal, es klingt für uns vielleicht erstmal absurd oder beziehungsweise komisch. Aber ich denke mal, es könnte... Wie komme ich denn jetzt hier rum? Es könnte vielleicht ganz lecker sein. Ich weiß es aber nicht. Und ich weiß auch nicht, ob ich es trauen würde, es zu probieren. Oder ob ich es überhaupt wollen würde. So, hier kommen wir auch. Genau. Das Tagebuch von Troilus Hertubiese. Dann haben wir das auch. Da oben geht es auch weiter. Ich würde mal vorschlagen, dass wir jetzt erstmal hier die Schatten aufdecken. Und erstmal hier die Flussseite machen. Dann gehen wir auf die anderen Flussseite und machen das obere dann hier nochmal. Ich glaube, das ist vielleicht die bessere. Nee. Nee. Kannst du vergessen. Also doch, wir werden es so machen, aber... Alter. Warum? Scheiß Bär. Wenn wir Glück haben... Ah, guck mal, da ist der Ding. Damit machen wir gleich noch ein paar Scherben zum Aufdecken. Äh, wenn wir Glück haben, wollte ich gerade sagen, treffen wir den Bären nochmal irgendwann wieder. Gleich. Aber lassen wir es erstmal gut sein. Sechs Stück. Okay. Das sind relativ viele, muss ich sagen. Fünf. Einer noch, ne? Da. Sechs. Oh, sind denn die alle verteilt? Okay. Das könnte man dann machen. Erstmal wollte ich dann hier oben aber lang. Machen wir erstmal den da. Das wäre in die Richtung. Nun gut. Da hinten sieht so aus, als ob da eine Burg wäre. Wer waren wir denn da schon? Jetzt weitergehen. Ach, das ist das Lager. Ah, okay. So. Scherbe. Jawohl. Da sollten wir vielleicht auch mal demnächst vorbeischauen. Wir haben ja jetzt wieder ein paar Scherben aufgesammelt. Ähm, vielleicht können wir da nochmal ein paar Boni freischalten, bevor wir jetzt jeden Gegner und alles, was wir hier haben, ausmerzen. Das wäre vielleicht von Vorteil. Dann, äh, werde ich jetzt hier mal hinreisen. Und werde von hier jetzt erstmal navigieren. Erstmal mache ich das da. Ähm, das wäre dann in dieser Richtung da. Einmal hier hoch. So wie es aussieht, oder? Ja. Gut. Und dann werden wir die Scherben aufsammeln. Werden wir unten mal hinreisen. Mal, ähm, verkaufen. Äh, beziehungsweise, nicht verkaufen. Verkaufen. Oder ich weiß nicht, wie viel Platz haben wir denn? Ah, haben wir noch. Ähm, ich wollte eigentlich sagen, die Quest abgeben. Unsere Belohnung vielleicht einheimsen. Jetzt muss ich gucken, wo wir hier lang müssen. Da oben hin. Okay. Weiß gar nicht, ob das so der Weg ist, der angestrebt ist. Wahrscheinlich nach... Autsch. Vielleicht nach da unten. So, da haben wir was zu plündern. Ja, eine Rüstung. Okay, dann haben wir da einen Brief. Das Tagebuch von Troilus, Herr Tubiser. Achso, da haben wir das Tagebuch gefunden. Sehr schön. Ich weiß es nicht. Ich kann nicht hell sehen. Ähm, Cassandra. Mir ist gerade der Name nicht eingefallen. Oh je. So weit ist es schon. Dann machen wir das. Und hier haben wir noch ein Astrarium. Haben wir den schon? Den Astrarium? Haben wir schon. Die werden auch weiterhin angezeigt. Ich denke mal zumindest. Können wir ja mal gucken da oben. Aber ich bin der Meinung, dass wir das schon haben. Beziehungsweise zumindest sollten. Hm. Das war gerade nicht die beste Idee, nach hier unten zu gehen. Wir müssten eigentlich nach da oben. Aber wie? Wie denn? Hier, die Mauern hoch. Aber die Gelegenheit, hier hoch zu gehen, bleibt uns irgendwie verwehrt. Vielleicht darunter lang? Ah, der Inquisitor ist viel zu groß. Der sollte sich vielleicht mal bücken. Okay, das wird so nix. Ist auch immer den Weg, den ich einschlage, der nicht korrekt ist. Aber ich will da hoch. Mensch. Ja gut. Dann nehmen wir halt den anderen Weg. Wie gesagt. Einmal das Lager umrunden. Das könnte vielleicht auch funktionieren. Warte mal, machen wir das mal. Nein, du hast keine neuen Entwicklungen. Die neuen Entwicklungen sind alte Entwicklungen. Die uns einfach nochmal neu auf... Nö. Ich hab's doch gesagt. Der kommt mit uns über den Weg. Nein. Nein. Geh weg. Bea, geh weg. Ich hab keinen Bock auf dich. Jagd bitte woanders in deinem Gebiet. Aber nicht hier. Wer seid ihr denn da eigentlich? Ich wollte eigentlich eben... Es gut sein lassen, aber... Schön, euch zu sehen, euer Graf. Macht ihr etwas? Ja, das da. Okay. Ja, wir müssen da hoch. Auch wenn da jetzt der Bär ist. Wir kommen sonst da oben nicht lang. Oder wir machen die Scherbe wann anders. Wir machen jetzt erstmal die anderen Scherben. Vielleicht wäre das auch angesprochener oder besser. Ja, die Dankbarkeit hab ich mir schon längst genommen. Danke. Aber ihr habt euch auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Weil das ist eher so ein... Nice to have ring. Oh nein, da ist er wieder. Da ist der Bär. Schnell plündern und weg hier. Der macht da gerade... Ist gerade ein Furor-Bär. Ist bestimmt ein Taure. Weg, 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 weg. Äh, Droide. Taure oder so. Ist ja egal. Scherben an der Küste. Das wäre dann auf der anderen Seite, ne? Das wäre in die Richtung, wo der Bär ist. Ich sehe es schon. Komm, wir müssen gegen den Bären kämpfen. Der stellt uns nach. Ey. Kannst du sagen, was du willst? Das sind hier echt bärige Probleme. So, nehmen wir die Scherbe. Alles ist gut, solange uns der Bär da in Ruhe lässt. Dann hatten wir hier Scherben. Da haben wir auch Scherben. Dann reisen wir mal nach da. Vielleicht umgehen wir den Bären dann. Das wäre zumindest schon mal schön. Dann in diese Richtung. Hm. So. Und hier oben ist einer. Dann müssen wir dann... Hoppala. in diese Richtung. Okay. Dann können wir aber... Ach, nö. Nö. Ach, komm. Was soll's. Ich hasse den, ne? Der verfolgt uns die ganze Zeit. Der lässt uns auch nicht in Ruhe, dieser verkackte Bär. Das kann noch nicht sein, ne? Kräu. Kf. Ach komm, die lassen wir. Machen wir lieber hier die anderen beiden. Und jetzt bewegen sie sich alle wieder nicht, weil irgendein Problem hier besteht. Ah, nee. Ihr solltet euch bewegen. Wieso mache ich hier nur noch einen Schaden? Was hat denn der für eine Rüstung? Was ist denn hier los? Oh, glad ist die Himmelkopf. Gott sei Dank. Und dann würde ich mal sagen, beende ich mal die Folge hier an der Stelle. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut, bis dahin und tschüss.